Salut, das ist Miro, ich bin Olli, wir sind lernende Metallbauer hier im EWB in Bern und wir nehmen euch heute mal mit durch die Werkstatt. Kommt mit! Bei Lehrern als Metallbauer arbeitet man hauptsächlich Metall bearbeiten, wie zum Beispiel schweissen, schneiden und bohren. Was ich interessant finde als Metallbauer ist, dass man sehr viel Verschiedenes machen kann und es fast keine Grenzen gibt. Der Metallbauer ist ein sehr vielseitiger Handwerker. Wir planen zeitweise, konstruieren, herstellen und montieren. Wir machen eigentlich alles vom Anfang bis zum Ende. Für den EWB als Metallbauer wirst du grundsätzlich in den Metallbauern Tätigkeiten ausgebildet, du hast aber auch Einblicke in die Tätigkeiten des Polymechanikers, in die vom Spengler und in die vom Schreiner. Wer hier im EWB als Metallbauer arbeitet, ist ein sehr vielseitiger und abwechslungsreicher Job. Ausserdem hast du sehr gute Sozialleistungen und ein tolles Team. Als Metallbauer muss man sicher sehr teamfähig sein, man muss einen gewissen Qualitätsanspruch an den Tag legen und man muss auch gerne mit den Hängen etwas arbeiten. Mich motiviert immer wieder, dass meine Arbeit hier im EWB wertgeschätzt wird und mir das auch gezeigt wird. Ich komme jeden Tag hier sehr gerne arbeiten und ich weiss, dass es immer etwas Cooles zu tun gibt und das mit super Leuten. Wenn dir der Einblick in unsere Wäsche gefallen, dann bewirte ich jetzt beim EWB als Metallbauer bei einem super Team. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.